Eine Mitarbeit bei Endres und Hauser verbindet immer zwei Seiten. Die technische plus die menschliche. Das ist meine Formel für Zufriedenheit. Hallo zusammen, ich bin Jan und mache Lehre als Polymechaniker bei Endres und Hauser. Ciao zusammen, ich bin Simon, bin im zweiten Lehrjahr als Produktionsmechaniker hier bei der Firma Endres und Hauser. Heute zeigen wir euch ein bisschen mehr über unseren Berufsalltag. Um nicht zu viel Material zu verschwenden, sage ich zuerst das Rohmaterial zusagen. Ich bin gerade das Programm für die CNC-Maschine am Ersteller. Nachdem der Jan das Programm geschrieben hat, kann ich es an der CNC-Maschine starten. Jetzt habt ihr einen kleinen Einblick bekommen in unseren Berufsalltag. Wenn es euch mehr interessiert, bewahrt euch doch einfach bei der Endres und Hauser. Entdecken auch Sie Ihre Formel für Zufriedenheit unter endres.com slash karriere. Zufriedenheit 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 Vielen Dank.